Die Hirten auf dem Feld, Teil 3 der Weihnachtsgeschichte In der Nacht, in der Jesus geboren wurde, gab es ein paar Hirten, die auf dem Feld Schafe hüteten. Mitten in der Nacht wurde es plötzlich sehr hell um sie herum und sie bekamen große Angst. Da sahen sie, dass das helle Licht ein Botschafter Gottes, ein Engel war. Er sagte zu ihnen, habt keine Angst, ich habe gute Neuigkeiten für euch. Heute ist in Bethlehem der geboren, der alle Menschen retten wird, der Messias. Ihr werdet ihn in einer Futterkrippe in einem Stall finden. Als er das gesagt hatte, kamen auf einmal viele Engel und fingen an zu singen. Gelobt sei Gott im Himmel und Frieden den Menschen auf der Erde, an denen er gefallen hat. Dann verschwanden die Engel wieder. Die Hirten ließen alles stehen und liegen und suchten den Stall in Bethlehem. Als sie Maria, Josef und Jesus gefunden hatten, freuten sie sich und danken Gott für dieses Kind. Das ist ein Fantasy-Ost-J clock. 뉴스 Vielen Dank.